Hallo Hallo Ein Brief von Ines ist gekommen Hallo Papa und Mama Hallo Ebenbild von Edibe Wie geht es euch von Ines Seit ich am 5. März 2020 von Island aufgebrochen bin habe ich mich bisher auf 46 Inseln umgeschaut Ich bin überwältigt davon wie viel Freude mir diese Reise gebracht hat Momentan bin ich auf Istanbul Neulich habe ich meine Tasche hier verloren aber ein Bewohner hat sie wieder gefunden Die Bewohner hier waren so nett zu mir, dass mein Dankbarkeitslevel auf 26 gestiegen ist Darf ich vorstellen, dass auf dem Foto ist Nils Wir haben uns angefreundet Ich Wollt wieder aufbrechen Aber ich werde an euch denken Ines Schön mal wieder etwas von Ines zu hören Weiterhin gute Reise Ich werde an euch sagen Ich werde an euch machen Ich werde an euch machen